gloria fürstin von turn und taxis eine adelige eine frau mit rückgrat und mit einer scharfen sprache und sie wird bei unserem kongress dabei sein und du wirst mit sicherheit die richtigen worte finden bei ihr dich als bürgerliche habt ihr natürlich meine gewissen hemmungen aber ich bin ganz sicher wir kennen sie alle weil sie tatsächlich kein blatt vor den mund nimmt sie repräsentiert eigentlich tatsächlich genau die gruppe von menschen die in der neuen zeit mit ehrlichkeit und wahrhaftigkeit und ehrlich gesagt ohne große eitelkeit ihren weg machen werden sie ist ein tolles vorbild und ein highlight auf unseren kongress so 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 Vielen Dank.